...se dies nicht weiter zur Debatte steht. So Landeshauptmann. ...in Basaya sind drei Jugendliche. ...abgängig. Die Suchbemühungen der Polizei und der Feuerwehr blieben bis dato erfolglos. Seit die drei Jugendlichen am Montagabend zu einem gemeinsamen Zelten in der Gemeinde Gumnion aufgebrochen waren, fehlt jede Spur. Die Einsatzkräfte sind dringend auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen. ...und die Jugendlichen reagieren. Ah! Oh, ah, ah, ah! Oh, ah, ah! Ah, kiedy? Oh, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, Tomelise! Ja, wer denn jetzt der schon ein Schnitzlaut ist? Hey! Hallo, grüß dich! Jetzt habt ihr schon Skier gemacht, oder? Wolltet schon einmal ein Bier, oder? Ein bisschen zu viel, die Höhenluft. Ja, total Nummer jetzt. Meeres, ja Meeres. Hoffentlich sind keine Schwämme. Uh, ich muss nicht kinken. Geil! Ich hoffe, es lässt es euch schmecken. Fangen wir zu viel an. Fangen wir zu viel an, oder? Ja, du musst kurz auch schneiden. Lass es euch schmecken. Ah! Ah! Ich habe nur das Gelegenheit und vor Ort. Entschuldigung! Ah! Es wisst schon, was Brot oder Ei bedeutet. Wer nicht will, ist ein Holi? Ah, noch etwas. Du gibst doch den Holz im Portal, wenn ich das in Andere klebe. Ich versuch es dann, will ich jetzt ein Lief in den nächsten Mal. Ich darf das in den und zum Glück nicht tun. So, wenn ich das in den Undersprache kann. Ich bin der Unfall im Portal.